Über Jahrtausende hat die Menschheit Geschichte geschrieben und damit ganze Generationen und die Welt um sie herum verändert. Heute ist es umgekehrt und die Welt, wie wir sie kennen, verändert uns. Wir befinden uns im Wandel. Wir alle müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass die Ressourcen unserer Erde endlich sind. Unsere Umwelt ist erschöpft und die Zeit läuft gegen uns. Die Produktion und Gewinnung von Rohstoffen ist mit hohem Energie-, Material-, Wasser- und Chemikalieneinsatz verbunden. Schadstoffemissionen sind unvermeidlich. Und buchstäblich ein Turbolader. Sprechen wir heute über Rohstoffe, so meinen wir Holz-, Erdöl- und Kohle. Häufig übersehen wir eine Ressource, die unser Leben fundamental bestimmt. Metallschrott ist einer der wenigen Rohstoffe, mit dem noch echtes Recycling betrieben wird. Er kann beliebig oft und ohne Qualitätsverlust neu eingeschmolzen und wiederbelebt werden. Eine Chance für Mensch, Technik und Natur. Die Hofmann Metall GmbH widmet sich dieser kostbaren Ressource. Jeden Tag vollbringen unsere Mitarbeiter Höchstleistungen, um Industrie und Gewerbe ausreichend Metalle zur Verfügung zu stellen. Mit der, von Partnern bestätigten, Qualität unserer Arbeit gehen wir einen Schritt weiter, als einfach nur Altmetall aufzuwerten. Wir revolutionieren eines der ältesten Gewerbe der Welt und perfektionieren den Handel mit Schrott. Tausende Kunden aus über 30 Jahren Firmengeschichte geben uns Recht. Es ist ihr Vertrauen, was die Hofmann Metall GmbH zu einem der nachhaltigsten und fortschrittlichsten Entsorgungsfachbetriebe Deutschlands macht. Es ist die Technik, die uns voranbringt. Komplexe Arbeitsabläufe werden vereinfacht und mit modernsten Arbeitsmitteln erfüllt. Waren-Eingangskontrollen erfolgen zum Beispiel mittels Spektralanalyse auf Röntgenbasis. Hierdurch können wir die genaue chemische Zusammensetzung des Schrottes ermitteln und den optimalen Verwertungskreislauf bestimmen. Neue Teammitglieder und neue Standorte oder Kleinannahmestellen in den neuen Bundesländern lassen die Hofmann Metall GmbH stetig wachsen. Das ist nicht nur gut für uns, sondern vor allem für unsere Kunden. Ganz gleich ob Privatkunde, Gewerbe oder Industrie. Alle finden ihren Ansprechpartner für jede Größenordnung. Möchte jemand etwas mehr abgeben? Geht klar. Gern mit eigenem LKW oder uns als starken Partner. Indem wir unseren Fuhrpark nach einer maximalen Einsatzdauer von fünf Jahren erneuern, erfüllt unsere Transporttechnik zu jeder Zeit die Standards von morgen. Wir schütteln längst überholte und angestaubte Klischees effektvoll ab. Und setzen Zeichen. Die aktuellen Medien helfen dabei, unsere Kommunikation nach außen und nach innen für Interessenten, Kunden, Bewerber und Mitarbeiter einfacher zu gestalten. In Verbindung bleiben wir intern auch über viele Kilometer entfernt, entspannt via App. Ein auf alle Bedürfnisse zugeschnittenes Online-Schulungsportal für unser Team rundet dieses Digitalpaket ab. Ah, und wir sind auch überall dort vertreten, wo ihr es seid. Unter anderem auf Instagram, Twitch und YouTube. Warum wir das tun? Weil wir eine Verantwortung haben. Das ist unsere Arbeit. Das ist unser Beitrag. Jeden Tag. Denn Schrott ist eben nicht nur das, was keiner will. Er ist einer der essentiellen Rohstoffe unserer Erde.